Da oben müssen wir auf jeden Fall noch hin. Sehr schön, das erklärt einiges. Keine Truhe, aber ein Hebel. Da ist eine Truhe. Ah, sehr schön. So, hier bekommen wir ein bisschen Magie, das kann auch nicht schaden. Da haben wir ja gar nichts mehr gerade. Und dann können sie mir meinetwegen auch wieder einen Boss um die Ohren klatschen. Meinetwegen auch sowas. Kerkermeister von Tartarus. Die Götter betrauern den Kerkermeister mit dem Schlüssel zum Tempel des Zeus, wo die Waffe zum Sieg über die Titanen sicher aufbewahrt wurde. Okay. Den Kerkermeister von Tartarus. Wer ist das? Ist das der Kerkermeister? Ich würde sagen, der sah mal besser aus. Oh, sehr schön. Dann war hier das letzte Gorgonen-Auge und wir kriegen die volle Gesundheit und ein Achievement. Sie haben den Schlüssel des Gruftwächters erhalten. Prügel das Ding. Oh, ordentlich um. Sehr schön. Jetzt hat sich auch die Kameraperspektive verändert, was auch viel mehr Sinn ergibt. Und hier können wir den Schlüssel benutzen. Okay, wenn Kratos da gestruggelt hat, dann muss das echt schwer gewesen sein, den zu bewegen. Oh, das ist ein Titan hier. Guckt mal. Welcher Titan ist das? Er ist eingekerkert wie die anderen. 1800. Kommen wir alles hier rein. Sehr schön. Oh, kriegen wir da drüben eine neue Waffe? Da ist eine Zeus-Statue. Mit so einem Handschuh. Das könnte interessant werden. Na, wir müssen uns den erstmal erkämpfen. Okay, das war easy. Vielleicht machen wir mittlerweile einfach zu viel Schaden. Ich hab geblockt. Basta, mein hat geblockt. Geht doch. Geht doch. Was haben wir hier? Zeus-Panzerhandschuh. Nachdem er im alten Krieg seine Gegner vernichtet hatte, verlangte Zeus, dass Hephaestus ihm eine Waffe schmiedet. Welche die Titanen an die Mauern von Tartarus fesseln sollte. So wurde Zeus-Panzerhandschuh geschaffen. Und warum ist der dann hier? Warum ist der nicht bei Zeus? Wie krieg ich den denn jetzt? Ah. Boom. It's mine. Sie haben Zeus-Panzerhandschuh erhalten. Zeus-Panzerhandschuh benutzen. Panzerhandschuh-Angriff. Leichten Angriff, schweren Angriff. Verrückhalten zum Aufladen. Das kennen wir ja auch schon. Infinity. Okay, hier erinnere mich. Kann das sein, dass das die, äh. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich gerade so dermaßen an Doomfist. Aus Overwatch. Kann das sein, dass das die Inspiration für Doomfist war? Jetzt gibt's fratzengeballert. Sei mein Hackfreet. Tu neid. Das ist meine Hackfreet-Sonata. Wo ist der? Ja. Zeus-Panzerhandschuh. Olympischer Schlag. Angriff ausweichen. Okay. Den versuchen wir auch mal zu verbessern. Ich find Handschuhe einfach immer grundsätzlich total witzig. Ach, guck mal. Und jetzt können wir die Statue da hinten auch zerprügeln. Oh, no. Jetzt können wir die Statue zerprügeln von Poseidon. Äh, what? No. Are you kidding me? Tschüss, Poseidons Statue. Tschüss, Hades Statue. Ich bin richtig mad. Mad TV. Oder so. Ha. Guck wie böse ich bin. Da geht's hoch. Da ist ne Harpie. Da sind ein paar Harpie. Da könnte man rüber. Ist hier irgendwas? Ne. Schwert da oben ist auch interessant. Wo kommt man denn hin, wenn man hier rüber geht? Oh, krass. Okay, ne Truhe auf jeden Fall. Ein Speicherpunkt. Moment mal. Wenn hier ein Speicherpunkt ist. Dann müssen wir auf jeden Fall vorher hier hoch. Dann könnte das nämlich eher der optionale Weg sein. Wobei das auch nicht danach aussieht. Okay. Ich weiß, es ist keiner dabei. Ich will mehr Schaden für das Ding. Das wäre so ultra lustig. Obwohl es ja jetzt schon nicht schlecht ist. Kein Schild der Welt kann euch vor mir retten. Doomfist! Ich zerprüge mal alle Ketten hier. So. Die lassen wir nochmal. Was passiert, wenn ich jetzt das Ding ziehe? Okay, ich nehme mal an, das ist gut und wichtig. Sonst würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Ich will so einen mega krassen Rundum stecken. Schockschlag oder so einen Schockschlag. Auf jeden Fall auch ein Konterschlag. Ich brauche so viele Schläge für das Ding. So. Warte mal. Das ist jetzt runtergekommen, oder? Glaube ja. Na ja, als nächstes gehe ich mal hier rüber. Speichern wir hier erstmal eine Runde. Nein. Nein, nicht greifen. Ich ergreife den Speicherpunkt. Zeus Tempel. Im Tartarus. Auch nicht schlecht. So, wo führt das denn? Okay, das führt auch in diese Kammer. Nee, das ist eine andere Kammer. Okay. Oh, shit. Kein verbesserter Zyklo. Da ist die Frage, kann man den auch so von seiner Rüstung befreien? Rein. Nein. Doch. Mann, die nerven einfach nur. Die nerven wirklich einfach nur. Die können nichts. Außer nerven. Das können sie aber ziemlich gut. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Okay, wir haben den Mist-Sack erledigt. Ich hoffe, es bleibt bei dem. Müssen wir da mit dem Handschuh ran? Ja. Ah ja, da wird die Kette gespannt. Sehr gut. Und damit senken wir vermutlich die andere. Und dann kommen wir rüber. Auch wieder ein sehr cooles Level-Design hier. Im dritten God of War-Spiel. Gefällt mir gut. Auch wieder die ganzen verschiedenen Schauplätze. Da, der Titan. Er ist definitiv... Nein! Definitiv wach. Ah, Gott sei Dank. Nicht, dass wir ihn jetzt irgendwie aus Versehen befreien oder so. Man hängt irgendwie so ein bisschen kurz an der Kante fest. Das ist blöd. Grundsätzlich einfach mal alle Ketten kaputt machen. Scheißegal, ob man damit den riesigen Titanen befreien könnte. Das ist nicht wichtig. Sodass nicht Minute. Die Welt. Er Finanziert. Die Welt. Die Welt. Perf estaban. 됩ensche aus. Die Welt. Die Welt. Die Welt. Sie, die Welt. Reicht euch das? Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass wir diesen Titanen befreien. Und das können wir gerade eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Das kann eventuell immer noch in eine andere Richtung gehen. Ich meine gut, wir sind gerade der Diener der Olympia quasi. Und die Titanen sind nicht gerade gut, auf die zu sprechen. Aber streng genommen sind wir nicht mit denen befeindet. Vorsicht, Sakratos. Vorsicht, Sakratos, die Reste der alten Erdherrscher. Mächtigen Titanen. Von den Göttern besiegt und zur Strafe im Tartarus angekettet, hegten diese unsterblichen Wesen einen unermesslich großen Zorn auf die Olympia für diese ungerechten Qualen. Zeit, sie alle zu befreien, oder was? So, erstmal verstärken wir jetzt unseren Panzerhandschuh. Olympischer Schlag L1, okay. Okay. Hermeskreuz. Nächste Stufe, Blitzlauf und Olympischer Donner. Hier will ich nochmal was reinstecken. Okay, krass. Ah, das ist der olympische Schlag. Oh, auch cool. So, hier geht es einmal über diesen Weg lang und wir können auch hier lang gehen. Ich will mal eben gucken, wo das hinführt. Auf jeden Fall auch irgendwo hin, wo ich hin will. Ah, ja. Na, jetzt sind das ja eh nur noch Seelen und so. Oh nein, die qualvollen Schreie. Der Frauen, weil sie nicht mit Kratos zusammen sein dürfen. Das ist schrecklich. Also, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Da fehlt nicht mehr viel für die dritte Efret-Stufe. Unser allerliebster Feuergeist. Das könnte auch theoretisch wieder eins von den God-of-War-Teilen sein, wo man ziemlich leicht alle Verbesserungen freischalten kann. Aber wir werden es sehen. Bei dem Panzerhandschuh zum Beispiel, da werden es wahrscheinlich auch fünf Stufen sein. Und da dauert es dann wieder etwas. Ey. Okay. Das wird erstmal nichts. Nervig ohne Ende. Nein, nicht schon wieder. Ich hasse die. Nein. Man muss einfach viel zu viel Magie verbrauchen, bis man die alle erledigt hat. Viel zu viel. Schaut euch das an. Kommt da gar nicht zu. Aber kommt da gar nicht zu. Nein, ist doch falsch. Nein. Klappt auch. Auch wenn wir jetzt schon wieder all unsere Magie verbraten haben, was schon wieder total nervt. Aber naja. Sehr schön. Das rastet schon mal ein. Wie sieht es mit dem hier aus? Und dann kommen wir doch hoffentlich auch hoch. Na wunderbar. Genau das, was ich wollte. Geh einmal rüber. Wie viel sind da noch drin? Boah, schon wieder 2000. Guck mal, das reicht jetzt schon fast. Jetzt ist der Efret auf 3. Armer kleiner Titan. Ich wünschte, ich könnte etwas für dich tun, aber das ist leider nicht meine Aufgabe. Du musst dir noch ein bisschen abhängen. Genau wie Perseus in God of War 2. Er muss da auch ein bisschen abhängen. Nein. 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 Wie ein Wilder heißt es hier. Ich bin langsam ein bisschen knapp mit dem Leben, muss ich sagen. Gott sei Dank, ey. Gerade so geschafft. Oh Gott, das ist ein Titan, oder? Scheiße. Das ist echt ein Titan. Ich habe ein blödes Gefühl. Verdammt blödes. Und jetzt. Ah. Und runter. Nochmal wieder 2000. Passt. Dämonenrage. Erhöhter Schaden. Was immer Dämonenrage jetzt war. Und den Rest in den Panzer anfühlen. Können wir mal eben gucken. Es fehlt halt immer noch eine Magie. Dämonenfeuer. Ich denke mal, Dämonenrage ist einfach irgendwie, dass es halt mehr Schaden macht oder so. Oh ja, wir befreien jetzt den Titan. Auf die Knie. Sag mir nicht, dass wir den jetzt irgendwie... What the dick, ey. Ich weiß echt nicht, was Kratos vorhat. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Zeus selbst hatte die Titanen für 1000 Jahre zu diesen Qualen verdammt. Ohne Hoffnung auf Entkommen. Nun waren die Ketten, die einst Atlas gefangen hielten, zerstört. Und Kratos' Gedanken kreisten um die eine Frage. Wer beschwört so ein Unfall herauf? Ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Wer hat Atlas befreit? Das muss ja jemand mit viel Einfluss gewesen sein. Denn ansonsten hätte das nicht funktioniert. Aber wer? Was hat diese Person davon? Und ich meine, Atlas hat ja direkt... Helios geklaut. Und dafür... Und so für großes Unheil gesorgt. Ich meine, klar, wir wissen ja bereits, dass Kratos ihn aufhält. Denn ansonsten wäre Atlas ja nicht so schlecht zu sprechen zu sein auf Kratos. In God of War 2. Aber das ist eine Frage, die wir beim nächsten Mal ergründen werden. Wenn es wieder heißt, let's play God of War Chains of Olympus. Seid auf jeden Fall mit dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure. Untertitelung des ZDF für funk, 2017